Hallo Leute, ich komme hier auf dem Veloche Zockkanal, zur weiteren Folge F21-22. Wir sind hier beim zweiten Rennen der Saison und damit auch beim zweiten Rennen für das Veloche Audi Racing Team. Eben das zweite Rennen in der Historie für Audi, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Erstes Rennen war das Qualifying nicht perfekt, haben aber dann das Maximum trotz allem rausholen können. Housher ja auf Platz 9, wir waren auf Platz 10 mit einer guten Strategie auch noch die schnellste Runde holen können. Das war das absolute Maximum, was man hätte rausholen können in dem Rennen und das haben wir noch geschafft. Wir müssen mal gucken, was in Jeddah geht. Jeddah ja eine Strecke, die eigentlich mir immer gut liegt, wobei man auch sagen muss, dass es wieder so eine Strecke, wo die KI etwas langsamer ist als auf anderen Strecken. Ich schreibe mir da ja immer meine KI-Stärken auf und man merkt schon gewisse Unterschiede, dass so gerade in diesen Vollspeed-Strecken, entweder bin ich da einfach selber deutlich besser drin, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass auf langsameren Strecken die KI stärker ist. Aber es kann auch sein, dass ich langsamere Strecken aufgrund meines Fast-Heats einfach nicht so gut kann. Kann beides dran liegen. Wir kriegen natürlich bald fette, fette Updates, die kommen zum Imola-GP. Dann werden wir ein absolutes Top-Team sein, dann sind wir ein Top-3-Team und das ist natürlich auch das Ziel. Hier sieht es eher so danach aus, dass man ganz klar sagen muss, McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes sind in ihrer eigenen Liga, die werden nicht schlagbar sein. Alpine sieht von der Statistik jetzt so extrem weit weg aus, aber das ist es ja gar nicht, weil wir sind so auf 800er-Level und lassen Alpine so bei 850 vielleicht knapp drunter sein. Deswegen sind die gar nicht so ewig weit weg. Also mit Alpine könnte man konkurrieren, aber allgemein ist es sehr, sehr eng alles. Das hat man ja schon in Bahrain Grand Prix gesehen, dass du nicht eben boom, boom, boom vorbeigekommen bist, sondern dass das auch immer mit viel Arbeit verbunden war. Dementsprechend ist eine gute Quali-Platzierung in diesem Rennen hier wichtig, dass wir da eben gucken, dass wir da auch mit unserem Teamkollegen konkurrieren können. Und ich würde sagen, wir starten ins Qualifien und dann das Rennen in Jeddah. Let's go! Wir werden jetzt gleich in unsere Runde hier im Q2 gehen und gucken mal, was möglich ist. Also Pusher ist auf jeden Fall mindestens 11. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wo er genau ist. Ah, das ist doch hier etwas verbremst. Das wäre nicht ganz optimal. Aber wir müssen mal gucken, ob wir unseren Teamkollegen schlagen können. Der scheint wieder ein gutes Qualifien zu fahren. Was ich von mir gerade nicht so brauchen kann. Aber das war der erste Abschnitt im Q1 deutlich besser. Ah, das ist nicht perfekt. Da bin ich viel zu fehlerhaft gefahren. Ah, zwei Zehntel auch hinter jetzt zu Noda schon. Wir gucken mal, ob wir das noch gut machen können. Ah, die Q1-Runde war sauberer. Die hier gerade gefällt mir nicht. Die hier gerade gefällt mir nicht. Ah, die Q1-Runde war sauberer. Ah, wir konnten ein Zehntel knapp aufholen. Jetzt ist der letzte Sektor. Jetzt ist halt die Frage, ob wir hier nochmal was aufholen können. Aber das sieht eher danach aus, als wenn Q2 unser Ende wäre. Das ist aber dann auch die eigene Schuld, weil wirklich der erste Sektor sehr, sehr umsauber gefahren war. Ja, mal gucken, wo wir landen. Position 16. Da ging wieder mehr. Das war wieder kein perfektes Qualifying. Da wäre wieder mehr gegangen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Pouchier einfach mal auf Position 8 ist. Ich bin einfach fast eine Sekunde langsamer als er gefahren. Ach, du Scheiße. Klar, mein erster Sektor war richtig, richtig schlecht. Da habe ich locker 3, 4, 5 Zehnte verloren. Puh, aber Pouchier und Qualifying ist ein Monster, so wie es ausschaut. Er ist wieder ein Q3, ich nur ein Q2. Also der Teamkollege liefert richtig krass ab. Aber wir gucken mal, was im Rennen möglich ist. Aber ich denke mal, Punkte wird schwierig. Das wird nicht ganz so einfach. Aber wir werden es versuchen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Landon Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Verstappen, Sergio Perez und Joe, Mick Schumacher, Theo Pouchier, Juri Wipps und Esteban Ocon. Zu Noda, Gasly, Daniel Tictum und Vettel. Ein Wagen des neuen Teams. Russell, Lance Stroll und Oskar Piastri. Magnussen, Albon, Schwarzmann und Stefan Römer. Man muss auf jeden Fall mal sagen, Pouchier. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleibt dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Machen wir. Pouchier auf jeden Fall richtig, richtig stark. Den muss man da echt mal loben. Wir können hier, wir haben, wie viele Runden haben wir denn? Ja gut, wir haben wieder nicht so viele Runden in Jeddah. 25 Runden, wenn wir 16 Runden mit dem Medium fahren, können wir dann nach Soft fahren. Also das wäre möglich. 17 Runden und dann Gibi. Das wäre sogar schneller. Das wäre sogar schneller, okay. Gehen wir wieder mit der Strategie. Das hat ja schon mal gut gepasst im Bach rein. Ja, man muss echt sagen, Punkte sind denke ich drin, weil man sieht ja, wie schnell Pouchier eigentlich ist. Der entpuppt sich immer mehr als Supertalent, wenn er so weitermacht. Ziel ist Punkte, Platz 10. Teamkollegen werde ich nicht schlagen, außer ich habe jetzt einen Megastart. Gehen wir rein, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem jungen Franzosen. Jetzt nur die Frage, wie zufrieden kann ich mit meinem Rennen sein, ne? Ja, Russell neben mir schon. Der hat mich. Euer Ernst, Alter. Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Auftrag. Macht den Motor aus und warte auf die Marschals. Ist das euer Ernst? Warte, warte. Was ist das denn jetzt euer Ernst, Alter? Warte. Aus der Perspektive mal. Ich könnte jetzt natürlich eine Rückblende nehmen. Aber das gehört leider zum Formel 1 Alltag auch dazu, dass du auch am Start mal rausgehauen werden kannst. Es ist halt super bitter gerade, weil ich gerade richtig Bock aufs Rennen hatte. Es gehört halt dazu, Leute. Klar kann man sagen, nimm eine Rückblende, Rennen ist heute nicht mal angefangen, aber es gehört leider dazu. Aber ich will es mir mal angucken. Dann gucken wir uns das ganz genau an. Hier der Start halt. Und dann ist es auch schon geschehen. Es ist... Warte, wer ist denn genau hinter mir? Kriege ich denn das? Mal nochmal so. Ja. Wer ist denn das hier? Kriege ich da nicht die Anzeige, wer wo ist? Ja, er haut mich einfach um. Er haut mich einfach um. Also gebt euch das mal. Es ist halt... Er fährt hier ganz engst und jetzt... Guckt ihr... Guckt mal auf sein Lenkrad. Guckt auf sein Lenkrad. Er hat so ein bisschen nach links sich gedreht und statt dann etwas abzubremsen, weil du merkst ja, okay, rechts von dir ist die Mauer, links von dir ist dein Gegenfahrer. Da musst du etwas bremsen, macht er nicht. Und dann hier die Berührung und dann war es das auch. Dann war es das auch. So, ich gucke auch nochmal auf mich selber. Wie ich gelenkt habe. Auf langsam. Gerade, 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 gerade. Und dann war es auch schon vorbei. Hier hat man jetzt gleich die Berührung. Und Feierabend. Und Feierabend. Ne, wir beenden die Session natürlich. Bringt ja nichts. Ich will gleich nur nochmal in der Wiederholung gucken, wer das war. Aber ich werde das Thumbnail machen und dann sehen wir uns gleich. Hier mal das Endergebnis, Leute. Lando Norris auf 1. Max Feststappen auf Platz 2 plus schnellste Runde. Also der Red Bull hat es geschafft, einen der beiden McLaren zu schlagen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal respektabel. Sainz auf 3. Dann haben wir Perez, Leclerc, Russell, der von 16 gestartet ist, sehr, sehr weit nach vorne gekommen ist mit Platz 6. Mick Schumacher von 7 gestartet, siebter geworden. Suh und Pochier und Vips. Hier muss man echt mal sagen, Pochier holt wieder das Maximum raus. Weil die Ferraris, auch wenn es so echt schlecht ist, aber man muss echt sagen, die Ferraris sind natürlich viel stärker. Red Bull, McLaren und auch Mercedes. Die sind alle diese Überteams. Und dann ist eigentlich auch Alpine vor uns. Aber Theo Pochier hat das zweite Mal seinen Teamkollegen, in dem Fall mich, geschlagen. Im Qualifying-Unrennen zweimal. Und beide Male die Alpine geschlagen, die ja doch noch einen Ticken stärker als wir eigentlich sind. Also man muss wirklich sagen, Theo Pochier holt mehr als, also der holt wirklich das Maximum raus aus diesem Wagen. Hat wieder zwei Punkte gesammelt. Das ist richtig stark. Juri Vips hier mit einem Punkt vor Ocon. Auch das ein Achtungserfolg für Vips. Wenn man hier dann guckt, Magnussen, Stroll und wir sind die einzigen. Ne, stimmt gar nicht. Tick, Tim, Gasly und wir. Das sind die drei, die ausgeschieden sind. Wenn man sich die Rangliste anguckt, dann sehen wir Norris und Sainz kämpfen mal wieder um die Meisterschaft. Verstappen versucht dran zu halten, genauso wie Leclerc. Harris, Russell, Mick Schumacher auch, muss man sagen. Nur vier Punkte hinter Russell. Das ist auch stark. So holt immerhin acht Punkte. Der scheint sich so ein bisschen zu steigern. Und dann sehen wir hier Theo Poucher, der eben vier Punkte holt für unser Team. Ne, ich mit zwei Punkten. In der Konstrukteurswertung muss man einfach sagen, Alpine nur ein Pünktchen bisher in zwei Rennen. Das ist schon sehr enttäuschend für die Franzosen. Während wir mit sechs Punkten voll im Soll sind, vor allen Dingen kommen hier jetzt erst demnächst die dicken, dicken Updates. Jetzt im nächsten Rennen in Imola kommen die dicken Updates. Dadurch, dass die Folge jetzt so super kurz ist, nehme ich euch mal mit und dann gucken wir mal kurz, wo wir mit den Updates, auf welchen Stand wir dann halt eben sind. Das ist dann schon ganz interessant, sonst wird die Folge hier, keine Ahnung, drei Minuten kurz gefühlt. Sonst passiert hier auch nichts. Dann können wir wenigstens nochmal kurz anschauen, wo wir wirklich sind. Ich muss sagen, es ist bitter, dass wir das Rennen überhaupt nicht fahren konnten. Ich hätte es gerne gefahren, es wäre geil gewesen. Aber so ist es halt leider. Es gehört leider, leider auch mal mit dazu. Machen wir Sponsorendings. Externes Training. Machen wir Triebwerk. Aber danach kriegt Aero trotzdem was. Und auch finanziertes Team-Event. Und Sponsorenveranstaltungen. Können wir sogar einmal alles machen. Wir hätten sogar noch mehr als genug Zeit für mehr Zeug. Gute Neuigkeiten von einer der Abteilungen. Ein Einrichtungsupgrade wurde fertiggestellt. Die Details findest du in deinem Postfach. Die Marketingabteilung hat gefragt, wie du hierüber denkst. Einer der weltweit führenden Innenaustadt hat angeboten, unsere Gäste-Suite zu renovieren. Eigentlich könnten wir das auch für den halben Preis erlegen lassen. Aber dann kämen wir nicht auf die Titelseite ihres Lifestyle-Magazins. Das auf der ganzen Welt erhält ihr jetzt. Was soll ich denn tun? Wir wollen auf die Titelseite. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Die 50k kann man da mal investieren. Wir gucken mal, ob alles durchgeht. Wir schauen mal. Es gibt hier etwas, wozu wir gerne deine Meinung hätten. Das Aero Team macht sich Sorgen wegen einer Vibration im Windkanal. Die vollständige Erwartung wäre teuer und wir könnten ihn in drei Wochen lang nur eingeschränkt nutzen. Eine Routineuntersuchung wäre billiger und würde nur eine Woche dauern. Aber es kann sein, dass das Problem dann nicht gelöst wird. Was sollen wir aus den hohen Kosten? Machen wir. Ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe... Wichtig, ne? Sowas wäre auch mal cool, wenn man auch solche Probleme mal wirklich hätte, die auch spürbar sind, ne? Übrigens, alles ging durch. Auch hier stark. Einfach mal alle Updates bisher durch. Bitte weiter. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Ex-Formel-1-Fahrer Lukas Weber hat uns um eine Besichtigungstour unserer Aerodynamikabteilung gebeten. Lukas in unsere Einrichtung zu haben. Könnte die Anerkennung des Teams steigern, aber es könnte unsere Leute auch einen Weg von ihrer Arbeit abwinken und den Fährstellungstermin gefährden. Was meinst du? Ja, machen wir. Komm, noch ein bisschen mehr Teamanerkennung. Noch mal rein da, ne? Kommen jetzt die letzten Updates. Alle sind durchgegangen. Alle Updates sind durchgegangen, Leute. Damn. Damn. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Wir gucken mal, wo wir sind. Das interessiert mich jetzt. Wo genau sind wir mit diesen dicken, dicken Updates? Sind wir schon auf McLaren-Level? Da glaube ich noch nicht dran, ne? Aber wir gucken mal. Ah. Oha. Oha. Das ist ein... Guck durch den Sprung an. Guck durch den Sprung an. Also Ferrari haben wir noch nicht bekommen, aber wir sind jetzt stärker vom Wagen her als Red Bull und als Mercedes. Wir gehören jetzt zu den Top 5, ne? Bzw. sind sogar auf Platz 3 momentan leistungstechnisch. Das ist natürlich ein mega, mega Sprung. Ich hoffe, dass ich das auch in Ergebnissen zeigen kann. Wir werden es rausfinden in Imola. Da hat man ja gleich auch noch einen Sprint, was auch sehr, sehr gut ist. Wir finden es heraus. Euer Lohschel meldet sich ab und bye, bye.